damit hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin zu der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich dass ihr einschaltet zu einem kleinen news video denn ja ihr fragt ja immer öfters hier was ist eigentlich mit lotus los und jetzt gibt es eine umfrage im offiziellen lotus forum wo wir euch gerne drauf anhauen möchten dass sie doch gerne dort mitmacht und zwar handelt es sich hierbei um diese kleine umfrage hier niemals niemals oder jetzt möchtet ihr das streets modul jetzt oder im laufe des januars wenn der bus fast fertig ist da gibt es eine kleine abstimmung da könnt ihr zu sagen jetzt 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 all wanted now oder möchtet ihr januar reicht mir ich ertrage keine enttäuschung der nächste patch steht in den startlöchern und er bringt etwas mit das uns in den letzten wochen viel arbeit gekostet hatte das modul streets of lotus und damit die fähigkeit in lotus zum beispiel busse zu fahren obwohl unser early access tools heißt haben wir natürlich auch mit unserem bus schon angefangen an guten vorbildern soll es ja auch nicht mangeln bloß unser bus ist zum aktuellen zeitpunkt noch nicht fertig er wird noch fertig entwickelt aber nicht bis weihnachten nun unsere frage an euch möchtet ihr über die feiertage trotzdem schon herumdüsen können fahren und multiplayer geht nämlich schon es ist einfach nur noch nicht alles fertig was sagt ihr ihr seht das ist gerade brandaktuell vor 33 minuten wurde das ganze jetzt öffentlich gemacht ich habe natürlich auch schon teilgenommen und ich bitte euch ebenfalls das gleiche zu tun und an dieser umfrage teilzunehmen was haltet ihr davon sagt ihr jetzt wie bei ja ich sag mal jetzt lotus damals zum release war die straßen waren auch noch nicht fertig und ist heute glaube meiner meinung nach immer noch nicht 100 prozent fertig oder sagt ihr eher so nee die sollen wir jetzt wirklich jetzt erst mal eins fertig machen oder so und so weiter denn wie gesagt nutzt die kommentarfunktion schreibt unten rein wenn ihr jetzt nicht im offiziellen lotus forum euch da jetzt aus tun möchte ich ja bin natürlich mehr gespannt auf die auswertung ich bin mal ich weiß gar nicht es gibt auch nicht keine schließzeit oder sowas stand jetzt auf jeden fall nichts davon drin wann das ganze jetzt beendet ist oder so lassen wir uns auf jeden fall mal überraschen aber so wie es sich anhört haben sie es halt wirklich nicht mehr geschafft und meine jetzt steht nun mal weihnachten an und man möchte denn eher mit der familie was zu tun haben als wie sich nachher über den feiertagen und ja vielleicht dann noch die paar tage bis zum wester nicht unbedingt jetzt arbeiten oder so sondern da möchte man vielleicht dann doch das ganze sind halt mit der familie verbringen was sagt ihr dazu also ich würde mich freuen ich kann beide seiten verstehen wie gesagt das ist nichts neues aber wie gesagt zum release war halt der gt6n auch noch nicht fertig und hat sich dann im laufe der zeit weiterentwickelt ihr könnt ja wie gesagt gerne mal hier eure meinung hier in die kommentare posten und sonst ja so als das von diesem kleinen video schon gewesen sein denn es wurde halt immer wieder in den news gefragt was ist denn jetzt eigentlich mit lotus und warum ist es so ruhig jetzt habt ihr hier die antwort es wurde viel gebastelt im hintergrund und natürlich an dem streets modul das eigentlich glaube dieses jahr noch erscheinen sollte was jetzt aber scheinbar so nicht 100 prozent geklappt hat nutzt wie gesagt die kommentarfunktion lasten like das video gefallen hat und ja notfalls geht einfach mal ins lotus forum da gibt es natürlich schon einige bilder und natürlich die abstimmung eventuell nicht vergessen das wäre eine coole sache ich verabschiede mich jetzt hier und ja freue mich natürlich wenn wir uns zum nächsten mal wieder sehen hier zu einer richtigen offiziellen news ich verabschiede mich bis dann tschüss